Alle Augen waren auf Sie gerichtet, die berühmte Mrs. Sweeney. Captain Ian Campbell. Ich weiß, wer Sie sind. Sei meine Herzogin. Ja, er ist ein verheirateter Mann. Und du tust du, als wäre er das nicht. Ian Campbell, Herzog von Argyle. Margaret Campbell, Herzogin von Argyle. Ich habe so viel über Sie gelesen. Es fühlt sich an, als würde ich Sieke. Ist das so? Alles hat mit Sex zu tun. Es gefällt mir überaus. Und ich bin extrem gut darin. Wie viele Männer hast du? Wie viele Frauen hast du? Jeden Morgen frage ich mich, welcher ihr neben mir aufwachen wird. Hier ist die Lösung, Margaret. Bezahle meine Rechnung. Dafür bist du da. Wir müssen aufhören, uns gegenseitig schlimme Sachen anzutun. Welche schlimmen Sachen hast du getan? Ich stelle den Antrag von Ian Campbell auf Scheidung von Margaret. Die Untreue ist ihm egal. Mein Untergang, das ist es, worum es ihm geht. Er kann sich nicht von mir scheiden lassen. Ich lasse mich von ihm scheiden. Hast du Beweise? Eine Fotografie? Ich schon? Ich treffe Männer. Ich diniere mit Männern. Das heißt nicht, dass ich mit jedem eine Affäre habe. Tage haben zu wenig Stunden. Ich bin ein Reden. Ich bin ein導er. Ich bin ein. Ich bin ein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017